Ein großer Moment für einen kleinen Jungen. Der sechsjährige Maxence aus Frankreich ist ohne seine rechte Hand auf die Welt gekommen. Jetzt bekommt er eine Superheldenprothese, die mit einem 3D-Drucker in seinen Wunschfarben hergestellt worden ist. Komplexe Handgriffe wie das Binden von Schnürsenkeln sind damit zwar nicht möglich, doch etwa einen Tennisball werfen, das geht mit der neuen Hand vorzüglich. Er wird jetzt Dinge entdecken können, die wir mit zwei Händen tun, wie Fahrradfahren. Es ist sehr bewegend, ihn zu sehen, wie er Dinge mit seiner Hand fängt und wie er davon beeindruckt ist, dass er sein Handgelenk und seine Hand bewegen kann. Das ist wirklich sehr berührend. Möglich gemacht hat das die US-Stiftung ENABLE, die Kontakt zwischen Eigentümern von 3D-Druckern und Familien mit Kindern herstellt, denen Finger oder eine Hand fehlen. Über diese Plattform wurden bereits mehr als 1500 Prothesen bereitgestellt. Der große Vorteil der 3D-Hand liegt vor allem in ihren niedrigen Herstellungskosten, die unter 50 Euro liegen. Das ist vor allem bei Kindern im Wachstum wichtig, die immer wieder eine neue Prothese brauchen. Maxence hat gelernt, ohne eine voll funktionsfähige rechte Hand zu leben. Doch künftig hat er die Möglichkeit, seine Superheldenhand anzuziehen, wann immer ihm danach ist. 4.1% 4.2% 7.5% 7.8% 9.8% 9.12% 11.8% 9.13% Vielen Dank.